Es wird wieder auf, aber jetzt geht es los. So, glaube ich, haben wir gestern ja auch fast 6 Stunden, alle. Dauert Livestream 7 Stunden. Überläuft ja, ne? So. Oh, ich glaube, da muss ich rein. Oh, krass. Was wird Tremonius unsere Hilfe gegen den Dämonen auf? Er kommt klar. Hilfe! Lassen wir es kippen! Nein, das ist krass. Wir verlieren nicht! Niemals! Das ist doch alles, was du vielleicht! Wieso? Ich habe es gar nicht. Der Feigling ist weggelaufen! Überraschung! Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Hui! Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Tremonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht. Er war nicht der Beste der Verwandten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spaten. Deine Legende. Die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deines Gleichen erwächst. Trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen. Und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheram, Kriegshäuptling der Verwandten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Tschö, treu weiter an. Kürzäuptling der Verwärter. Kürzäuptling der Verwandten. Voller Monster, die uns umbringen wollen. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Gehaustposten wird angegriffen. Tremonius ist gefallen. Wir den Spaten kürtet. Nimm seinen Platz ein. Er ist stark. Finde ihn schneller. Für mich. Dann flügel, flügel. Tschüss. Gut. horrible. Lass uns in einem kleinen Krupp. dann sind wir die Hände geschenk Ngam. Das ist in einem kleinen Bauch. Dann gehen wir für die Nachdenklamm. Guck mal. Gut. Guck mal. Letzt du dich? Guck mal. Das ist hier. Das ist einfach alles möglich. Ich hab das geblieben. Schwach. Ja, ja, ja. Oh, oops. Oh nein, ich ruf die. Nö. Oh, yeah. Oh, let's go. Geiler Scheiße. Winigun time! So Leute, wo seid ihr? Verstattung! Versammelt euch beim Trimonious aus, Osten! Mehr! Tötet den Spartan auf der Stelle! Oh, was andere Töne müssen wir da reinbringen. Naja, machen wir halt noch mal Minigun Action. Auch gut. Naja, machen wir halt noch mal Minigun Action. Oh, ich wollte mich noch ranziehen. Naja, machen wir halt noch mal Minigun Action. Auch gut. Ahem. So. Das geht nicht. Ein Mensch. Ein Mensch. Bedingen, es ist ein Mensch! Stop. Du. Geh! Es ist ein Schild! Verstärkung! Versammelt euch Matrimonius Außenposten! Mehr! Tötet den Spartan auf der Stelle! Mehr! Warum! Ach so, hier wird zufrieden. Echt treten! Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Hinterhältiges kleines Mistfiel. Feigling schleicht hier rum. Woa! Oh, Mann. Nie gern hingeschmissen. Verstattung! Versammelt euch beim Trimovius Außenposten! Mehr! Tötet den Spartan auf der Stelle! Entschuldigung! Entschuldigung! Super. Schööse. Ich bin ihn nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Was hat er denn da? Was ist das? das war der letzte ist es sicher was ist schon sicher sagen sie nichts irgendwo einhecken kann verspreche ich ihnen dass ihr freund sicher in der basis landet mal sehen die verbanden nutzen eine abgewandelte version des allianz kampfnetzes ziemlich einfach zu knacken und fertig ich habe unseren standort aus dem system gelöscht wir sind sicher lz gesichert so schön das auch ist können wir jetzt verschwinden haben sie diese waffe gefunden können wir los was zum aber sie sie ist in allem schuld das ist nicht cortana sag sie aber das ist geheim genehmigung erteilt ich wurde von dr katherine halcy erschaffen um in die installation einzudringen und cortana für ihre löschung festzusetzen ich hatte erfolg cortana ist keine gefahr mehr und jetzt hilft sie uns die verbanden aufzuhalten natürlich ich verstehe sie bis vor einer stunde wusste ich nicht was ein verbannter ist und ich glaube die chancen stehen schlecht ja ja sie sollten auf sie hören sie bringen uns noch alle um wie faszinierend sie wollen überleben und ich wurde zum sterben programmiert wirklich war denn einer mit todesinsucht noch nicht genug nein ich habe nur darüber nachgedacht wozu halt ich empfange ein UNSC notruf position der ursprung ist vier kilometer entfernt das ist der ursprung des notsignals das ist unsere position das war bis vor zwei minuten noch ein verbanden vorposten ich sage war weil er jetzt uns gehört schief wovon redet sie da jetzt kommt der coole teil den verbanden sind noch mehr jones sie vorposten in die hände gefallen in die pranken die haben ja pranken jeder ist mit einem gebiet verbunden hier ist die position des UNSC signals dass ich verfolgt habe und zwei weitere vorposten markiert los geht's dann los was dahin irgendwas ist doch immer los ich will meine ruhe miteinander das ist ja 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 Untertitelung. BR 2018 Es ist wunderschön, oder? Für manche. Ich habe eine Frage. Ich wurde geschaffen, um Cortana zu stellen, aber ich weiß nicht warum. Was hat sie denn Falsches getan? Sie war das Ziel. Ich verstehe das, aber... Ist es geheim? Ich habe nicht alle Informationen. Chief, das ist verrückt. Ich sehe Verwandte. Überall. Haben Sie verstanden? Welche Infos gab Ihnen Dr. Halle Sie vor Ihrer Mission? Halle Sie sagt anderen nur, was Sie wissen müssen. Nimm Pelican direkt ins Feindgebiet fliegen. Wird niemand bemerken. Tolle Idee, Großer. Ich verstehe trotzdem Ihre Löschung nicht. Da scheint... ein Puzzleteil zu fehlen. Wie erwartet. Aufgeflogen. Voll aufgeflogen. Verbandenanlage voraus. Gepanzert. Sehr stark gepanzert. Das muss jetzt wohl warten. Wie nah können wir ran? Wie nah? Wie nah? Wir sind unbewaffnet und... Landen Sie hier. Hier? Wir ziehen das durch? Nachdenken. Ich hoffe, das reicht. Besser wird es nicht werden. Das ist ein Eindruck. Das hoffe ich. Ich verschwinde von hier. Wir nähern uns dem Ursprung des UNSC-Signals. Kleine. Unklar. Auf den Verbandenkanälen herrscht zu viel Betrieb. Ich höre oft vom Turm. Wahrscheinlich das Hauptgebäude, das wir beim Anflug gesehen haben. Ah. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal kaum noch ein Stump.